Das war ganz bitter heute, weil ich muss sagen, dass ich sehe Verbesserungen im Vergleich mit den letzten paar Spielen. Aber klar, wenn du auf diesem Niveau so zwei einfache Fehler machst, dann wird das entscheidend. Leider. Genau, das ist ein richtig schlechter Film. Fußball kann krass sein. Es kann sehr gut sein, es kann auch sehr dunkel sein. So ist es leider heute für uns. So ist es eigentlich auch im Moment, leider die letzten paar Spiele auch dieses letzte Glück zu haben. Das müssen wir uns erarbeiten. Und das machen wir auch bestimmt die nächsten paar Wochen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl jetzt mit Änderungen, so taktisch und so weiter. Das finde ich gut. Nein, ganz klar. Wir haben mit einem Trainer in zweieinhalb Jahren zusammengearbeitet und jetzt ist er neun. Klar, das geht nicht von heute bis morgen. Das ist eine längere Entwicklung. Aber was wir haben in diesen zwei Einheiten gemacht, finde ich, ist ein richtiger Weg. Und das glaube ich auch, dass wir das sehen in den nächsten paar Wochen. Das wird immer besser und besser. Ja, ganz klar. So ist es. Wir sind voll bereit. Es ist ein Derby. Derby, das macht Spaß. Wir werden volle Kanne geben und dann schauen wir mal.